Frage 1, Lieblingsfilm, Lieblingsfilme? Lieblingsfilm auf Nummer 1 auf jeden Fall die üblichen Verdächtigen, The Usual Suspects. Dann noch das Leben des Brian, manche mögen es heiß, stirb langsam eins, Spider-Man, vielleicht noch so ungefähr Kalitos Way, vielleicht noch so ein paar schnell zu nennen. Animationsfilme sind super, weil, wenn sie gut gemacht sind, sie eben so viele Facetten bringen und vor allem durch ein tolles Buch überzeugen und so viele Gags, Ideen und Fantasie bieten, wie es fast kein normaler Film, der mit realen Menschen in der realen Welt gedreht wird, jemals erreichen kann. Menschen ohne Humor sind sehr arme Menschen, die ich extrem bedauere, weil sie, glaube ich, ihr Leben lang die Welt und ihr eigenes Leben falsch verstehen und sich immer irgendwo unwohl fühlen werden, weil sie immer denken, sie brauchen irgendwie Respekt oder Ernsthaftigkeit oder sonst was und wenn man nicht selber über sich lachen kann und über den Irrsinn, der in der Welt passiert. Also ohne Humor wüsste ich jedenfalls nicht, wie ich dieses Leben überstehen sollte. Über was hast du dich im Fernsehen zuletzt aufgeregt? Aufgeregt? Ich reg mich ja fast jeden Tag, wenn ich irgendwie beruflich fernsehen muss, kriege ich mich ja immer zu. Ich glaube, ich habe mich schon aufgeregt als letztes vor einem knappen Jahr zu sehen, wie wieder die nächste Schamgrenze gefallen ist und Formate wie Naked Attraction und Love Island plötzlich aus dem Boden wie Fußpilze gesprießt sind, weil es, dass man Menschen in Glaskontainer packt und dann von unten nach oben den Körper nach ohne Kopf beurteilt als Datingshow oder Love Island, wo die Leute wirklich gecastet werden, um die Möpse zu zeigen und Sex zu haben und mit Nachtsicht Kameras beim Bumsen gefilmt werden und das dann als normale Unterhaltung. Also das ist so, da denke ich so, wow, jedes Jahr fällt wieder eine neue Grenze, von der man noch vor 10, 15 Jahren gedacht hat, niemals, das wird niemals geschehen, dass ich so denke. Es ist immer, wenn man denkt, man ist am Boden schon im Keller angelangt, kommt einer mit dem Schaufelbagger und unterkellert das Ganze nochmal. Das ist schon traurig. Filme, Fernsehen, schlechte und gute Witze, darüber weiß ich fast alles. Worin bin ich eher eine Null? In allem, was mit Sport zu tun hat und mit Technik, glaube ich. Ich bin ein absoluter Versager in allem, was mit Sport zusammenhängt, sowohl aktiv wie auch passiv. Ich habe davon keine Ahnung und kann nichts. Und alles, was so handwerklich und technisch und so ist, Sachen selber zusammenschrauben, bauen, basteln und so, bin ich ebenso unbegabt. Also das kann ich beides überhaupt gar nicht null. Macht ja nichts, dafür kannst du andere Sachen machen. Zum Glück habe ich noch etwas gefunden, was ich weniger weiß. Vielen Dank.